Meine Analysen der Spieltage sind wirklich der absolute Trainer, selbst wenn in der Presse kommt sie sich immer häufiger an und notet dabei ein bisschen aus, wie die Stimmung so ist hier bei uns bei Hertha BST, weil das ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam und Zecke nimmt keine Antwort im Grunde, also Zecke ist auswahlbar, Facebook ist wirklich der absolute Knaller und Knaller. Sie haben 32.000 Fans, weil Facebook haben wir schon und ihr solltet natürlich, falls ihr jetzt noch nicht seid, B-Preis werden.